Hallöchen und willkommen zurück zu Dinkum mit der wundervoll angezogenen Sira und unserem schicken Dörfchen. Meinst du, unserem schick angezogenen Dörfchen? Was? Unserem schicken Dörfchen. Ich hab, okay, den hab ich falsch im Kopf. Schick angezogene Sira und dem schicken Dörfchen. Mann, hast du spät geschaltet. Ja. Dann musste mein Kopf erstmal, hä? Was hat sie gesagt? Okay, ich nehm jetzt das Kupfer halt erstmal für den Hühnerstall. Ich glaub, das ist ein wenig wichtig, ja. Weil das andere kann ich ja eh noch nicht bauen, da fehlt uns ja das Eisen für, von daher. Jupp. Kannst du einmal kurz für mich gucken gehen, was ein Hühnerstall braucht? Jupp, Moment. Ich geh'n tun. Ein Hühnerstall. Wo ist er? Da. Vier Kupferbarren, vier Spinifex-Tuft, zwei Tinsheets, drei Gumwood-Planks und vier Nägel. Wie viele Tinsheets nochmal? Ähm, zwei. Gut. Ja, wie viele Nägel? Vier. Vier. Okay, Moment. Äh, wie viel Holz war das? Drei. Drei. Gut. Ja, und dieses Pufft-Zeugs da. Dieses Spinifex, vier Stück. Ah, ich hab' nur eins. Ja, gut. Dann muss ich jetzt auch mal losziehen. Dann baller ich mir einmal Premium-Scheiß rein, damit mein Leben mehr ist. Einmal so ein, einmal so ein. Ja. Oh, ich müsste mal noch ein Speer haben. Mhm. Kostet der nochmal, ähm, einen Zinnbaren? Okay. 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 So, ich bin dann einmal eben weg. Jupp. Was wollte ich noch mal holen? Weiß ich nicht. Doch, das trockene Gras und... Ja, Kupfer und Co. Ich habe einen neuen Traum in Auftrag gegeben. Warum? Weil das, glaube ich, irgendwie so halt mir zur Quest gehört hat. Dieses, diese Bühne da. Ah, ja, okay. Wir brauchen dafür 10 Gumboot Planks, 5 Palmwood Planks, 5 Hardwood Planks, 2 Tinsheets, 5 Malz Zement und 16 Nägel. Und 25.000 Pöppelchen. Dann legen sie los. Hier ist eine Libelle. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nix los, nix zu finden, das ist doch nicht mehr wahr Habe ich einzeln trockenes Gras gefunden, ey, what the hell Wow, doch so viel Ist doch nicht Oh, oh, oh Ich habe eine Hecke gekriegt als Bauplan Ich auch Oh Oh Vochel, hau ab Was gibt's doch nicht, was ist das denn für eine Kackausbeute hier gerade für mich Ach ja, genau Ich brauche noch Schateine Oh, einmal trocken Gras, wow Geh weg, Vochel Huchte ich Und jetzt Vielen Dank. ja morgen wird gebaut die 25 karl bezahlen kann ja auch schon nice kann ich direkt was neues bauen ich habe nicht einmal kupfer gefunden nicht nur noch nur noch zwei häuschen einmal in grün und einmal in lila ich habe ein teleporter gefunden das ist der wo dein bett steht der ist aber kaputt ja ja ich habe konnte die noch nicht reparieren da haben noch die die kabel haben gefehlt die habe ich natürlich nicht ohne leiterplatte fehlt auch noch jedoch da ein bisschen suchen wenn du das gerät mit bei hast so ein smaragd libelle schmaragd ein kabel ja fliege schmaragd 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 schriften schmaragd 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 sch Das war's für heute. Oma, wo bist du? Da hin. Oh, ich hab ne Sonnenbrille gekriegt. Und ich weiß nicht wie, aber mein Fliegennetz ist kaputt gegangen. Während ich mit der Alten geredet hab. Okay. Keine Ahnung wie, aber es ist passiert. Und, ähm... Joa. Was haben wir denn jetzt? Oh, a new level von Mining License. Ja! Hey! Muss ich morgen gleich gucken tun. Oh, ich hab einen Motor. Cool. Brauch ich aber gar nicht. Nicht cool. Ach nee, das war das. So, was war das noch, was ich brauchte? Ein Hale-Gen-Butterfly. Ach, ich kann dich sowieso keinen mehr fangen. Noch ein Kabel. Ich spinn' out of Dingens. Oh, das war das. Warum ne Leiterplatte, bitte? Ich komme nicht eher zurück, bis ich ne Leiterplatte gefunden hab. Ich komm mal zu dir und such mit. Aber was ist denn mit unserem Gemüse? Achso, ja dann halt nicht. Die Flüsterkirche, die Filme für die Flüsterkirche da abwechieren. Die Flüsterkirche, die Flüsterkirche, die Flüsterkirche in der Flüsterkirche. Komm schon, komm schon. Jede Menge CD ist gerade. Naja, immerhin. Ja, immerhin. Komm, jetzt gib mir doch wenigstens eine Leiterplatte. Ich brauche eine. Eine Leiterplatte. Gesundheit. Danke. Hoppity-choo. Also Autos können wir uns nachher noch und nöcher bauen. Ja. Komm, ehrlich jetzt. Okay. 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 ja ja jedoch so ich glaube ich habe auch genug kabel mal sehen und da war gar nicht jene glaube ich das kannte ich noch nicht dass viel nein ich habe noch nicht genug kabel es fehlen noch drei kabel wo die fliegt eine motto das ist ein glühwürmchen okay super ich brauche noch drei kabel kannst du mal mitsuchen bei dir da ich habe zwar keine ahnung wie ich das gemacht aber ich habe gerade eben mit meiner lampe einen vogel betäubt okay da hat schon wieder ja vogel töten gut so rein zufällig mit der lampe einfach mal geklickt und dabei ein vogel betäubt so was hast du gesagt brauchst du noch drei kabel drei kabel hattest du die mitgenommen was hier war ich weiß ich dachte du hättest mitgenommen was da war nee ich hatte die kabel gar nicht bei das waren die wo ich vergessen hat so ja toll aber da liegen keine drin also du wirst so haben wir aber keine du wirst wahrscheinlich alle dabei haben es sei denn die liegen woanders steht drin ich guck gerade mal überall durch löder liegt nirgends was drin tschüss vogel also die tropfen scheinbar nur federn die vögelchen ob das auch bei krokodilen und so funktioniert also die mit dem zu krokodilen und so w 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 Das war's für heute. 3. 4. 8. 10. 11. 12. 11. 12. 13. 15. 16. 15. Oh, ich habe eine Leiterplatte. Oh, ein Kabel nur noch. Was kriege ich jetzt auch noch hin? Komm, ich habe noch eine Stunde Zeit, scheiße. Komm. Ich kriege alles Mögliche, aber keine Kabel. Okay. Ja, ich habe ein Kabel, ich habe ein Kabel. Ja, aber bis du bei mir bist, ist das auch vorbei. Ich laufe einfach mal zu dir. Wo ist denn die Markierungen da? Ich versuche es einfach. Ich meine, die Zeit läuft ja nicht ab. Du hast halt nur keine Energie mehr. Ja, du bist sau langsam. Das macht ja nichts. Wenn wir dann alles eingebaut haben, können wir dann uns ja zurückporten. Das stimmt. Wir versuchen es einfach. Oh, eine Grille, habe ich gehört. Also, ich bin aktuell noch schnell. Ich habe ein Kabel. Bleib, wo du bist. Oh, super. Dann laufe ich wieder zurück. Du musst jetzt bloß den Tower wiederfinden. Ja, der ist weiter unten. Einfach Kerzen gerade Richtung Süden. Ah, da, wo der Diamant ist. Okay. Oh, das siehst du? Ja. Ja, nice. Ich sehe ihn jetzt auch schon in der Ferne. Sehr gut. Das ist ja cool, dass man die Markierungen teilt. Das finde ich gut. Ja. Gott sei es, Gedanke, ehrlich. Hm. Fertig. Ja. Ich suche gerade eine Stelle, wo es nicht so ein breites Wasserding ist, weil ich muss rüberschwimmen. Hm. So, dann komme ich jetzt erst mal nach Hause. Wie auch immer das geht. Nicht reinstellen und dann auf der Karte anwählen, was für ein Ding du haben willst. Ich kann unseren nicht wählen. Du musst ein bisschen ranscrollen. Das sind so viele Icons. Ich kann dir nicht auswählen. Ist der vielleicht markiert? Ja, ist er. Versuch jetzt mal. Jetzt. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Gott, ich habe schon Panik gekriegt, ey. Hallo. Guck mal, ich bin auch da. Mit schicker Brille. Ja. Oh. Ein Glück. Oh, nee. Da kommt die Feder aber nicht rein. Hm, 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 hm. Irgendwas hatte ich noch da. Huh. Huh. Pudup. Ah, Chrissy ist wieder da. Du darfst auch ruhig dich entmuten. Wir haben übrigens 30 Minuten. Ja, dann passt das wohl, wa? So, ich muss aber noch mal hier kurz, was habe ich da jetzt gerade? Nägel. Und Kaufpferd. Da haben wir irgendwo Holz. Ach so, ich bin so müde. Ich nicht. Mir geht's gut. Ach nee, warte mal. Die Samen waren ja da hinten irgendwo. Ach, ich habe noch Kopfhörer an der Tasche. Schleich, schleich. Ja, bei mir ist halt der Balken klein. Was soll ich machen? Ja, bei mir ist der Balken auch klein. Aber ich habe, das ist wahrscheinlich noch genug, dass ich nicht schleichen muss. Hm. Fies. Ach, da haben wir noch ein bisschen Fleisch. Ich auch. Ah. Warum bist du so schnell? Ja, sag ich doch. Ich habe noch genug Energie, dass ich nicht als erschöpft gelte. Flup. Oh, so müde. Ja, nee. Da. Wie viel Fleisch hast du bitte einstecken? Ich hatte nur sieben Stück noch, weil ich zwischendurch was gekillt hat. Ah. So. Okay, wir müssen jetzt mal schlafen gehen. Gut wieder. So, einmal kurz gucken, was am nächsten Tag noch so abgeht hier. Nix. Nix. Ah, die 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 einfach rausgeschoben hat. Na gut, dann können wir jetzt ja direkt wieder beenden. Jupp. Dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Chaui.